... ... ... ... ... ... ... ... Wo ist denn jetzt das freie Modus? Ich glaube, die haben wir schon mal gespielt. Also raus, ne neue. Nein, wir spielen jetzt. Die Farbe passt aber zu dir. Nee, jetzt geht's vorbei. Nein! Ach man. Au. Wo bist du denn? du hessliger hesslorn alter wo bist du denn? ja ich punkte ja die vorher schon bevor ich runtergefallen bin ja und ich bin davor runtergefallen oh armer jung ja ich glaub die sind wir schon gefahren ja und dann? achso hier runter ups daneben wo ist denn jetzt die? wir sind die mit dem, wir sind das mit dem Motorrad gefahren nicht mit hier mit der Krücke wo hessliger Ding alter weißt du mich? nein das ist kein GTA Modus man warum nicht? weil ich das nicht mal einstellen konnte darf ich? oh alter hör mir du einfach mal zu Junge wolltest mich wieder erschießen ja? er wollte laufen ja unter Umständen bist du schnell, das stimmt allerdings alter der schafft den Berg hier nicht hoch boah der kommt den Berg hier nicht hoch das wird ja lustig hier du hessliger Hund alter wow wow da ist schon wieder so ein Punkt alter äh 1, 2, 3, 4, und wow ne ich bin von dem Berg nicht hoch aber ist oben ne bin ich eben nicht Hehehehe Wo bin ich jetzt tot? Da du hässlich kacktus! What? Zick! Teil! Ja. Oh, schon wieder rot! Die! kann man hier vielleicht komplett mit dem Schwung hoch das funktioniert nicht da, das Bremsen, weil das hinterher sich drehen das weiß ich nicht, warum das hier bei Motorräder nicht geht so oben? ja, ich bin oben du musst wirklich die Kurve komplett mit Schwung du musst die komplett mitnehmen, du darfst oben nicht anhalten ich darf erstmal hier weiterkommen, danke oh, das Ding ist so langsam, da kommt nochmal eine einfache Schräge hoch, das Teil aber du hast ein Problem, ich hatte den ersten Mal geschafft Goldslochmann aha Pfff what's so nicht wollen wird wir würden wir spielen die die auch nicht um die wir hatten letztlich das ist auch nur noch bilderte strecken oder oder neidischen schlacht die sobald unten und wenn ihr jetzt den Holzpanetten, lass mir den Wurr machen. Ich habe abgekürzt. Du hast abgekürzt. Ich habe abgekürzt, ich bin einfach oben runtergesprungen. Wo? Na genau der Kurve, wo die Gitter aufhören, kurz danach, kannst du genau in die Punkte reinspringen. Du gehindert? Ne, clever einfach, würde ich mal sagen. Ja natürlich, ich kriege die Kackpunkt natürlich nicht richtig. Ich habe auch drei Anläufe gebraucht. Ich habe auch drei Anläufe gebraucht, ich habe auch drei Anläufe gebraucht. Oh Mann! Das hier, Mann! Oh Alter! ... ... ... Nein, auch schon wieder, Alter. Was? Ist auch bei den Rollen runtergerutscht? Ja, Mann. Alter, ein Loch. Ich habe dich nur noch runterfallen sehen. Nein, 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 nein. Das Ding hat so wenig Kraft. Tschüss, Mike. Gut. Ja, doch, warte. Gleich, warte. Warte. Wie ist das von gemacht, so? Oh, zack. Ey, guck's bitte mal an. Tschüss, Mike. Nein, 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 nein. Tschüss. 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 Nein. Nein, nein, nein. Schluss, Mac, du schaffst das. Fakka! Aber warum, du Kackel? Na, schaffe ich! Oh, ich wieder nicht! Aum, zu und durch, also Gruppelmann! Und wieder ins Loch gefallen und den Kopf vorher noch gestoßen. Boah, hier ist ja schwer, so eine Röhre! Da, Alter, der Bettbauer, der ist da so behindert, Alter! Jetzt musst du mit so einem Teil durch so'n Bus fahren, oder? Oh, ich habe ihn, ich habe ihn! Oh, verdammt, daneben! Das Ding ist ja mal richtig schnell, wenn es runter geht, wa? Boah! Ups! Ich hoffe, du bremst und wo kommt das Ziel, da kannst du nicht so einfach anhalten. Äh, ich kann eh nicht anhalten. Weil die Röhre, Speed und so, das wird jetzt scheiße mit ihm anhalten. Funk! Wer nicht nett, wenn du ins Ziel fährst. Ich bin rausgesprungen. Ich bin jetzt im Bus. Bin da, ne, besprungen. Ja, dann du, du zu schaffen, wenn du richtig was und schaffst. Yeah, ich komme, ich treffe dir nicht, nein, 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 nein! Oh, verzog! Ach so. Habterm employer, fracture, war ne Plattform. Weiß ich noch nicht. Das wird eng. Nein, ne... ,Schleife, ich habe dich gesagt. tut mir leid, Mann! Verzeih' ich zumindest noch mal ein! Erster Platz! Ja! Ja, so wie mein Fußball! Ein paar Arschloch, Alter! Richtiges Spiel, was ich dir installiere, Alter! Und GTA? Ja! Also GTA, die installierst du? Ja! Machst du niemals? Warum nicht? War für Max das Spiel so sehr! Oh, dann gehen wir mal den Freiden Mosen durch eine andere Strecke raus! Ich schwör's dir jetzt doch jetzt! Wir haben nur geredet von einer! Ist mir egal, ich fahre noch eine zweite! Musst du ja nicht mitfahren! Ah ja, ne? Ja, such mal eine raus! Kann ich dich ja noch mehr platt machen! Arschloch! Ja, ich hab Arschloch gesagt!